Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Und ja Leute, wir sind hier auf jeden Fall mit Pogo und Stettin in der zweiten Folge. Nur für die, die vielleicht neu mit dabei sind, nicht wundern, noch habe ich keine Transfervorschläge von euch mit dabei, weil ich muss ja immer vorproduzieren. Dementsprechend haben wir ja die erste in der nächsten Folge mit dabei. Aber ich habe mir selber einen Spieler ausgesucht, wo ich denke, den würde ich ganz interessant finden. Nämlich Kamil Glick hat inzwischen nur noch eine Gesamtstärke von 70, war mal lange, lange Zeit in der Serie, ein richtig starker Verteidiger bei Torino, hat da sehr, sehr viel abgeräumt hinten, hat auch immer noch eine Stärke von 85, wie groß ist er? 1,90 großer Hühner, 85er Stärke, also jemand, der wirklich auch in Sachen Kopfballen und Co. sehr, sehr stark ist. Er wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, je nachdem, was hat er in der Ausdauer, dass er nicht zu krass tot ist jedes Mal, ne? Wo ist denn die Ausdauer? Sieht man die hier? Irgendwo, 63, das geht ja noch. Also er wäre so eine interessante Variante, ich würde es mal versuchen. Und wir gucken mal, ob wir den billig kriegen, der hat auch nur noch 12 Monate Vertrag. Er wäre halt wirklich so ein erfahrener Routinier, ne? Wie da hinten, wir gucken mal, ob 300k reichen. Und mit Benevento 2, die wollen 10% weiterverkaufsloch. Wisst ihr was? Wir geben euch sogar 25%. Das soll mir ja egal sein, weil der wird eh keine Summen mehr reinbringen. Aber dafür dann für 300k, komm. Sie wollen 10% und 420k. Machen wir 390 draus, komm. 390 und dann machen wir den Deal. Perfekt. Nochmal ordentlich hier gehandelt und dann hätten wir schon mal eine starke Verpflichtung für die Innenverteilung. Einfach ein weiterer guter Spieler mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und vielleicht kann er eben, ja, auch einer der Anführer dieser Mannschaft dann entsprechend werden, ne? Ist ja immer ganz schön, wenn dann, sag ich mal, auch größere Namen zurück in die Heimat geben. Und Camille Glick ist natürlich ein super Mann. Wir geben mal einen Einjahresvertrag auf jeden Fall, ne? Da kann man von Jahr zu Jahr gucken. Er will 4000er Gehalt. Okay, aber dann machen wir mal so, ne? 10,5 akzeptiere ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob er damit sogar Topverdiener ist mit 4,9. Das müssen wir dann gleich mal gucken. Aber dann hätten wir auf jeden Fall den ersten Deal mal gemacht, ne? Hier mit Camille Glick. Ich wäre gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann wäre ich natürlich auch noch gespannt, was ihr einerseits für Vorstücke macht, andererseits auch, was die Scouts uns zu suchen, ne? Die benutze ich ja in FIFA so gut wie nie. Aber dadurch, dass wir jetzt echt in einer kleineren Liga sind, da müssen wir natürlich auch gucken, ne? Wie läuft es dann im Co.? Aber dann haben wir auf jeden Fall den ersten geilen Deal. 390k. Camille Glick, der wird auf jeden Fall nochmal hier eine Bereicherung sein. Ist, denke ich, ein guter Deal, gerade sportlich, ne? Für ein, vielleicht zwei Jahre. Da muss man mal schauen. Dann gucken wir auch gleich mal in unsere Zentrale. Wer ist denn eigentlich so der bestverdienste Spieler? Und da sehen wir, dass Grosicki hier auf jeden Fall der bestverdienste ist. hinter Dabrowski, äh, beziehungsweise danach hinter Dabrowski. Glick ist hier mit 5k. Das ist okay, ne? Welche Nummer hat der? Die Nummer 2, das passt auch. Sehr schön. Dann würde ich ihn tatsächlich aber auch schon in die Startelf rotieren, ne? Dann hätten wir einmal Zach. Hier einmal, der auch ein gutes Tempo hat, muss man sagen, ne? Sprint Tempo 81, sehr stark. Und daneben hätten wir dann eben Glick, der dann eher etwas behäbiger ist. Aber vor allen Dingen durch seine Größe und Stärke, ja, sich profilieren kann, ne? Ich denke, das sieht dann schon mal ganz gut aus, ne? Je nachdem, was ihr mir noch viel rechts so vorschlägt. Im ZDM und auch im rechten Mittelfeld, ne? Das sind ja die drei Sachen, wo ich euch gefragt habe, dass ihr mir da auch Vorschläge macht. Wobei haben wir ihn hier? Das ist 31, ne? Wie alt war er hier, dass ich ihn da reingepackt hatte? 20-jähriger Pole, na gut. Da werden wir eh mal so ein bisschen schauen, ne? Gehen wir erstmal ein bisschen vor. Wie konnte man das nochmal umändern? Kann man das nicht irgendwie ändern? Dass das immer simuliert werden soll? Ich vergesse das immer. Wie man das nochmal genau machen kann. So, zack. Ist auch super nervig, ne? Wir haben auf jeden Fall das erste Transferangebot. Und zwar für Reza Yen. Ist halt 20 Jahre jung. Mit dem werden wir aber nicht viel anfangen können. Und dementsprechend könnte er dann auch gehen. Wäre jetzt für uns kein großer Verlust, um ehrlich zu sein, ne? Gucken wir mal, ob wir 390 vielen kriegen. Dann hätten wir die Summe, die wir für Glick ausgegeben hätten, gleich wieder drin. 350 wollen sie nur machen. 380 kommen. Nehmen Sie an. Dann haben wir das Geld für Glick so gut wie wieder drin. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Dass man da die Summe direkt wieder drin hat. Wir haben auf jeden Fall hier den nächsten Abgang. Und zwar David Reza Yen. Der ist auf jeden Fall gegangen. Für 380k hier, ne? Der geht dann auf jeden Fall. Dadurch haben wir die Summe, die wir für Glick mal bekommen haben, auf jeden Fall wieder drin. Und wir haben einen Transferangebot für Almquist und Kosawa. Kosawa hier, 29-Jährige. Der kann auf außen auch spielen. Den will dann einmal hier Dingens haben. Wie Zähler. Wir schauen mal, ob wir hier auf jeden Fall eine Mio für ihn kriegen, ne? Müssen wir mal schauen. Und eine Mio wäre auf jeden Fall schon nice für ihn. Gehen wir rein. Sie akzeptieren das. Okay. Wir kriegen eine Mio für ihn rein. Und jetzt Almquist. Hier ist jetzt halt die Frage. Willst du ihn abgeben? Ist ein junger Schwede, ne? 22 Jahre alt. Wenn man mal auf ihn so ein bisschen guckt. Wollen wir gleich mal gerne machen. Was hat denn der so viele Stärken und Schwächen? Und willst du den abgeben oder nicht? Wenn wir mal auf ihn gucken. Er hat halt ein sehr, sehr hohes Tempo. Also Sprinttempo 87, Antritt sehr, sehr stark. Beweglichkeit ist richtig geil, ne? Bei ihm, wenn man mal seinen Ballkontroll ist top. Abschluss könnte besser sein. Dribbling auch. Aber er ist halt schon ein interessanter Spieler. Vier Sterne schwacher Fuß. Vier Sterne Spezialbewegung. Dem würde ich sehr, sehr ungern abgeben, sage ich euch ehrlich. Weil ich glaube, der wird sich geil spielen. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch so. Dass der sich noch entwickeln kann, ne? Also ich sag mal so. Dreieinhalb. Dann würde ich ihn abgeben. Irgendwo müssen wir uns natürlich auch eine Grenze setzen. Wir sind halt nur bei Stettin, ne? Wir können halt nicht sagen. Jo, wir geben dich gar nicht ab. Aber ich sag mal, dreieinhalb will ich für ihn haben. Zwei, sieben. Wir bleiben mal stur bei dreieinhalb. Wenn sie mir das bieten, muss ich ihn abgeben. Dann kann ich nichts machen, ne? Dann muss ich ihn abgeben. Aber das ist so meine Schmerzgrenze. Ne, dreieinhalb will ich für ihn haben. Wenn Genua das nicht zahlen will, ist das okay. Aber das ist auch die absolute Schmerzgrenze für ihn, ne? Okay, er bleibt. Ich bin damit sehr froh, dass er bleibt. Aber klar, wir sind hier bei Stettin. Jeder Spieler ist irgendwie verfügbar. Das muss man einfach sagen, ne? Jeder Spieler ist verfügbar. Ach so, ging das übrigens. Hier kann man nämlich machen überspringen. Aber E-Mails nicht, sondern so. Dann ist das jetzt. Genau, dann ist sie jetzt richtig. Gehen wir weiter vor. Wir gucken mal, ob wir noch weitere interessante Angebote kriegen. Kurshawa müsste das hier sein, ne? Der jetzt geht, ja. Das heißt, für eine Million zu Vizela. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Geld rein. Das ist nicht schlecht, ne? Dass wir da ein bisschen Kohle reinkriegen. Ganz im Gegenteil. Und Transferangebot für den Unaussprechlichen von Twente Entschede. Werden wir auch mal versuchen, eine Mio rauszukriegen, ne? Dadurch, dass wir Glück gehabt haben, wäre auch sein Abgang nicht schlecht. Dann hätten wir echt ein bisschen Kohle, um dann auch entsprechend zu agieren. Wir machen mal etwas mehr als eine Mio. Wollen sie nicht zahlen? Aber eine Million sollte eigentlich schon für ihn drin sein, ne? Weite Verkaufsklausel geben sie uns. Macht die mal weg. Dann machen wir jetzt 950k. Komm. 950k, dann können wir damit leben. Okay. Sie haben hart verhandelt, Twente. Aber am Ende, wie Konstantinos, Triantir, Popolus, bieten sie uns fast eine Mio. Am Ende ist er ja auch schon Ende 20, ne? Und wir haben hier Zek. Wir haben Glick. Dann haben wir immer noch Malek, ne? Also das ist überhaupt kein Problem hier. Long K haben wir auch noch. Sehe ich als überhaupt kein Problem, dann an ihnen abzugeben. Da sind wir immer noch super aufgestellt, ne? Und ich gucke jetzt mal, was die Scouts so gemacht haben, ne? Und zwar... Ähm... Genau. Einmal in Polen selber. Da haben wir Al-Rawi. Aber der ist freier Spieler, okay. Könnte man sich natürlich mal angucken. Warum nicht? Dann haben wir einmal Jansik. Werden wir auch mal scouten. Äh... Nochmal Salman, auch nochmal ein freier Spieler. Na gut. Lukaschk. Und Kwer-Kwer-Skiri. Äh... Werden wir mal erstmal lassen in Südkorea. Haben wir Kim Tae-Wan. Den scoute ich auch mal. Sein Vertrag läuft vor allen Dingen aus. Dann haben wir Rui Jaemun. Werden wir auch einfach mal scouten hier jetzt, ne? Dann haben wir Park Yong-Woo. Und Yong... Jae Yong. Der hier hat auch eine extrem krasse Sprungkraft gehabt, ne? Sieht interessant. Seien wir einen Ticken zu alt vielleicht schon, ne? Wir gucken mal hier. Und dann haben wir in Rumänien leider noch nichts gefunden. Okay. Aber ist mal interessant, auch ganz, ganz andere Spieler sich anzugucken, ne? Deswegen ist diese Karriere ja auch mal was anderes. Und wir haben den nächsten Abgang. Ich muss diesen Namen niemals aussprechen, Leute. Wie geil. Ihr werdet mich nie wieder diesen Namen hören, ey. Konstantinos Bye-Bye. Wir haben den bestmöglichen Deal sogar rausgeholt. Nice. Sehr stark. Finanziell hat uns das aber jetzt natürlich einiges gebracht, ne? Wir haben jetzt momentan Einnahmen durch Transfers. 2,3 Millionen. Wir hatten natürlich Netzwerke und Co. ein bisschen was ausgegeben. Und aktuelles Budget 3,4 Millionen. Also ich bin natürlich auch auf eure Vorschläge dann auch gespannt. Und dann können wir auf jeden Fall auch ein bisschen was machen, ne? Ähm... Ja, er ist halt 34, ne? Also ihn abzugeben, wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Er wird auf jeden Fall nicht besser in diesem Jahr noch, ne? Und wenn wir für ihn nochmal 2 Millionen kriegen... Klar ist das sportlich, ist das schade. Aber wir kriegen 2 Millionen für ihn. Das ist für ein Team wie Stettin natürlich viel Geld. Für einen 34-Jährigen. Also dann bräuchte ich auf jeden Fall auch einen Vorschlag für links, Leute. Wir gucken mal. Aus Korea weg. Und dann nochmal, Victoria will hier Gorgon haben. Auch er ist halt 33, ne? Also auch bei ihm wäre dieser Verkauf erstmal nicht schlimm, ne? Ich sag mal so 650K und dann gucken wir mal. 520, ne? Gehen wir auf 610. Okay, dann nicht. Dann nicht. Dann bleibt er erstmal, ne? Ja, für Groziki müssen wir dann halt nur gucken, ne? Da brauchen wir dann auch einen guten Ersatz. Haben wir hier vielleicht von der Bank schon jemanden? Äh... Kowalczyk könnte theoretisch auch auf links spielen. Sonst hätten wir noch ihn hier, ne? Der könnte beide spielen. Der ist gerade auch mal 19, ne? Ich sag mal so. Ihn hier dann von links zu bringen, wäre auch nicht schlimm. Ne, dann hätten wir momentan mit Stipika, dann Glick, Valqvist. Interessant auch, dass wir ein paar Schweden immer drin haben, ne? Säk, Kurtz, Ligowski, Dabowski, Vedrijowski, Kowalczyk, Vonalczyk und Almqvist. Könnte man machen. Für Erech könnte man sogar überlegen, ob man Almqvist fast schon zu einem LM umpositioniert, ne? Weil er gar keinen guten Abschluss hat. Und dann Almqvist eventuell sogar von links bringt. Aber da muss man halt auch mal schauen. Ich schaue mal grundsätzlich. Teamzentrale. Almqvist, ne? Der kann sogar auf Außen spielen, wie es scheint, ne? Ob er da sogar besser aufgehoben ist. Wobei wir da auch vier Wochen brauchen, ne? Na, ich lasse ihn erstmal in der Sturmspitze, weil wir vorne noch nicht viel haben, ne? Ist aber eine Option, muss man sagen. Ist eine Option. Aber was ich auch nochmal gucken will, das wäre auch nochmal interessant. Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen jungen polnischen Spieler irgendwo, den man leihen kann, ne? Wo man vielleicht bei einem größeren Verein mal sagen kann, yo, leit uns mal den ein oder anderen interessanten Spieler. Wir gucken mal. Erstmal in der Premier League. Kivior zum Beispiel. Und dann gibt es hier den Keeper. Kivior könnte man natürlich probieren. Im Verein seit 2023. Wobei sein Gehalt könnte natürlich sehr hoch sein, gerade bei Arsenal. Aber wir gucken mal so ein bisschen rum, wo könnte man jemanden leihen, ne? Koreba, Rakoschki. Na, wir schauen einfach mal. Bundesliga bestimmt auch den ein oder anderen. Kaminski zum Beispiel. Kaminski wäre der perfekte Ersatz eigentlich für Groszki, ne? Oder Groszidki. Hat leider kein Interesse, ihn auszuleihen. Eigentlich schade, sage ich euch ehrlich. Ja, mal gucken. Bis 24 Jahre ist er immer noch relativ jung, ne? Da würde es Gummi geben. An dem werden sie mir, glaube ich, nicht leihen. Eri Divisi. Koslowski und Biatek. Wir gucken mal ein bisschen rum. In Italien. Da gibt es ja immer einige Polen auch, ne? Zalewski zum Beispiel wäre auch jemand. Den würde ich mir gerne ausleihen. Wäre das möglich? Ey, sie wollen ihn nicht leihen. Das ist doch eigentlich, hm. Keine Ahnung. Wüsste jetzt nicht, warum sie ihn nicht leihen sollten, ne? Serie B vielleicht auch nochmal. Kubica hatten wir ja schon mal in einer anderen Karriere, ne? Ich glaube nicht, das wird halt nicht möglich sein, ihn leider zu leihen, ne? Trotzdem interessanter Mann an sich, ne? Wir werden ihn mal beobachten. Von der Serie B wäre das ja gar nicht mal so unrealistisch, ihn zu holen. Kubica, wo hatten wir den nochmal? Irgendwo in irgendeiner Karriere hatten wir den auch geholt. Wir gucken mal in Portugal. Okay, ist nicht so viel los. Sonst gucken wir nochmal in der La Liga. Gar kein Pole, der jung ist, okay. Interessant. Sonst gucken wir nochmal in der Bundesliga, als auch nochmal in der zweiten Liga im Chur nochmal, ne? Aber auch hier Simanski, wenn man mal schaut. Der kann auch links spielen. Hier wäre eine Leih auch nicht möglich. Dann versuchen wir jetzt mal Kivioa. Vielleicht kann man ihn leihen. Auch nicht. Okay, also leihen wird gar nicht mal so einfach. Wird nicht so einfach für uns. Dann gucken wir nochmal in der zweiten Liga. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen Polen. Karbonweg. Ist selber verliehen. Okay. Dann haben wir das zumindest mal probiert. Aber es muss ja nicht nur polnisch sein. Wir können ja trotzdem mal allgemein gucken, ob man hier den einen oder anderen leihen kann. Wir gucken da jetzt mal einfach in der Bundesliga einmal rein, ne? Schauen mal zum Beispiel nach einem linken Mittelfeldspieler vor allen Dingen, ne? Da kann man ja mal schauen, gibt es hier den einen oder anderen interessanten Spieler, wo man sagt, der wäre eine Leih vielleicht ganz interessant. Oder in der zweiten Liga vielleicht. Wir gucken mal nach England. Wir gehen mal nach England. Wir schauen mal. Gibt es hier nicht das eine oder andere interessante Talent, wo sie sagen, jo, den wollen wir leihen, aber gar nicht mal so viele Leute mit dabei. Gehen wir noch nach Frankreich, sonst gehen wir gleich allgemein weiter, ne? Ucic. Eigentlich ein super interessanter Spieler, ne? In der Realität. Kann man leider auch nicht, auch nicht leihen. Jamaica. Na, wird gar nicht mal so einfach. Gehen wir erst mal so vor, ne? Mal gucken, was ihr so viele Vorschläge habt. Und wir gucken auch mal gleich nochmal bei den Scouts rein. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das Spiel gegen Krakowia schon mal machen, ne? Wir haben auf jeden Fall einige Abschlussberichte. Das ist schon mal nice. Gehen wir nochmal vor. Und da sehen wir den nächsten Abgang. Der nächste Abgang jetzt hier, der geht. Wer war das? Ah, das war Kamil Grosicki, ne? Zwei Millionen. Das ist natürlich auch Kohle für uns, ne? Muss man einfach sagen. Das ist sehr, sehr viel Kohle. Einfach mal für einen 34-Jährigen oder 33-Jährigen so viel Geld zu kriegen. Das ist schon sehr, sehr viel Geld, was wir hier bekommen haben. Wir können natürlich gerne auch nochmal hier bei den Scouting-Berichten gucken. Hier gibt es natürlich nochmal aus Rumänien interessante Spieler. Mal näher gucken wir uns mal an. Ein Alexandro Panthea. Sehr, sehr junger Spieler. 18 Jahre. Jung. Zwölf Monate nur noch Vertrag. Das könnte natürlich höchst interessant werden. Gerade Panthea. Der könnte richtig, richtig interessant werden, ne? In Rumänien allgemein. Was wurde hier noch so gefunden? Durate. Negru. Dann ihn hier nochmal. Und Samuel Asamor auch nochmal. Läuft auch in zwölf Monaten aus. Gucken wir uns mal an. In Südkorea hatten wir schon alles einmal gescoutet gehabt, ne? Und in Polen selber ist auch nichts Neues dazu gekommen. Okay. Dann gucken wir uns schon mal die fertig gescouteten Spieler nochmal an. Da haben wir einmal hier Janasek, ne? 66 insgesamt. Er hier auch. 22 Jahre Koreaner. Könnte ein interessanter Mann werden. Basam Al-Rawi. Der wäre durchaus auch nicht so schlecht. Der hat vor allem eine wahnsinnige Sprungkraft. Ist aber auch sehr klein mit 1,75, muss man sagen, ne? Was hat er denn in Pästen? Ist alleine nicht so genial, ne? Aber er ist halt ein junger Katari. Also der wäre auch möglich. Muss man mal schauen. Ich will jetzt erstmal noch nicht so die großen Muß machen. Gucken wir mal in der nächsten Folge, ne? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann auch den Auftakt machen. Dann habe ich auch eure Transfervorschläge mit drin. Dann werden wir den Auftakt gegen Krakowia spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss aber sagen, ich habe brutal Bock auf diese Aufgabe. Es ist halt mal eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als halt, sag ich mal, in den Top 5 liegen, wo man sich ja deutlich besser auskennt. Euer Losch meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab. Und bye, bye. Bis zum nächsten Mal.